Also ich muss sagen, das Trainee-Programm ist sehr, sehr gut strukturiert. Und gerade das Onboarding, da hat man gemerkt, dass die HR-Abteilung sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, sich halt auf ein strukturiertes Trainee-Programm vorzubereiten. Ein Hauptgrund, warum ich mich für Damowo entschieden habe, ich muss sagen, so nette Kollegen hatte ich bisher in meinen Tätigkeiten noch nicht. Es ist sehr, sehr familiär, sehr offen. Wenn man Fragen hat, kann man jeden fragen. Und die Damowo-Kultur ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ja, ich bin im Office in Hamburg eingesetzt und schon in den ersten Wochen war ich im Headquarter in Düsseldorf eingesetzt. Wir hatten verschiedene Vertriebsmeetings und so konnte ich meine netten Kollegen schon in den ersten Wochen kennenlernen. Genau, man hat zwei Schwerpunkte, technische sowie vertriebliche Trainings und da auch externe sowie interne. Und ich bin auch häufiger mit erfahrenen Accountmanagern beim Kunden, sodass ich schnell sehr, sehr gut in die Prozesse einfühle.